Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 29. Juni 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1034. Und heute kommen die folgenden Themen mit rein. Magnete, Lenovo, U, Lego, Trattfree, One UI Watch und Video. Ich beginne gleich mit Magneten. Apple hat sein Support-Dokument dafür ausgearbeitet. Was hat Apple mit Magneten zu tun? In vielen Apple-Geräten, und man mag es teilweise fast kaum nicht glauben, hat es Magnete drin. Und diese, wie alle Magnete, sollte man nicht in der Nähe von Herzschrittmachern lagern oder legen oder wie auch immer. Und deshalb passt Apple da jeweils die Support-Dokumente an, wenn neue Produkte auf den Markt kommen. Was ist da so dabei, nur um mal so ein Gefühl zu bekommen? AirPod-Lade-Case, wie auch die Airpods selber, magnetisch, weil rein, raus und so weiter. Apple Watch und deren Zubehör, weil Magnet unten dran laden und so weiter. Homepods und Homepods Mini, weil, ja, wo ist da der Magnet? Es hat Magnete drin. Genau, iPad und iPad-Zubehör, Smart Cover, Smart G-Keyboard etc. Lässt sich alles dran machen. iPhones, ja, vor allem die ab iPhone 12 aufwärts, also die aktuellen Modelle, weil MagSafe. Hinten dran Magnet und es hält und gibt Strom rein, ziemlich schnell. Und dann natürlich auch die Macs. Mac Mini Pro, Air Pro, MacBook Pro und so weiter. Aber auch von der zugekauften Firma Beats, jene Kopfhörer, einige davon, vier an der Zahl, sind solche, die eben da mit neu im Dokument drin sind oder schon länger auch drin sind teilweise. Denkt also dran, wenn ihr über solchen Herzschrittmacher verfügt. Dann hat Lenovo am MWC, was aktuell stattfindet, nicht vor Ort, aber virtuell neue Produkte gezeigt. Letzte Woche haben sie schon, ich hatte eine Folge hier im Geek Talk Daily drin, neue Produkte gezeigt. Heute haben sie noch weiteres vorgestellt und das sind vor allem Laptops. Laptops, die man hinstellen kann. Laptops mit Griff. Laptops, die man aufhängen kann. Laptops, die man auf eine Tastatur machen kann, damit sie aussehen wie ein Surface und so weiter und so fort. In verschiedenen Grössen und Ausführungen, jeweils mit Android drauf. Wer das will, schaut sich das am besten mal an. Und was mir ganz, ganz gut gefällt, ist der neue Sprachassistent. Der Google-Sprachassistent, den sie vorgestellt haben, ist ein kleiner, abgeschrägter Display. Richtig süss, so klein irgendwie. Und der hat zusätzlich noch so ein Unterteil, was man dran machen kann, was ein bisschen unschön aus Kunststoff ist, aber eine kleine Nebensache. Wird sich zeigen, ob das wirklich unschön ist, wenn man es selber mal in den Finger gehabt hat, würde ich doch sagen. Genau, das könnt ihr draufstellen und dann ganz einfach euer Telefon nebendrauf legen oder eben vorher genannte Kopfhörer, die sich über Wireless aufladen lassen. Finde ich herzig und werde ich mir, wenn es möglich ist, auf jeden Fall genauer anschauen. Smart Clock 2 heisst das Teil übrigens mit Dock. Dann gibt es Neuigkeiten zu der You-App. You ist die Fintech oder die Bankenlösung von der Schweizer PostFinance und von der Swissquote, die da zusammengelegt haben und eine eigene App geschmiedet haben. Ich habe schon mehrfach darüber berichtet. Auch ein Freundschaftscode, wenn ihr da einsteigen möchtet, wo ihr gleich zum Start 500 Swisscoins dazu bekommt. Link wie immer in den Show Notes und der Code natürlich auch. Schluss der Werbung. Warum erwähne ich das? Ja, weil es die App jetzt neben dem Android Store, also Play Store und dem Apple App Store auch für das Huawei Smartphone gibt, nämlich über die App Gallery. Also wer da mit unterwegs ist und sich eine Banken-App hätte zulegen möchten, der kann das jetzt tun. Genau, weiter geht es mit Lego. Man weiss schon länger, dass die dran sind, nachhaltigere Bausteine zu basteln. Die sind ja, wie wir wissen, aus Kunststoff und Kunststoff ist nicht unbedingt das Ding, was wir zu viel verwenden sollten. Aber da ja Lego immer wieder weitervererbt wird und verschenkt wird und verkauft wird, wird damit immer wieder gespielt und von denen landen weniger im Meer und im Fluss draussen als von anderen Geschichten. Dennoch macht man sich seit eben Jahren Gedanken, was man da so machen könnte. Aktuell sind 150 Mitarbeiter von Lego am Forschen und man hat schon irgendwie was um die 400 Millionen US-Dollar investiert, um eben da neue Möglichkeiten herauszufinden. Über 250 Variationen von PET-Materialien, also PET-Materialien, hat man mittlerweile durch und man denkt, dass man jetzt da gelandet ist, wo es hingehen könnte und hat einen sogenannten Prototyp. Ich bin ja sehr gespannt als grosser Lego-Fan mit einem eigenen Lego-Instagram-Account, Poképsy Brick, für denjenigen, der es interessiert, gerne mal nachschauen. Ja, der freut sich natürlich über solche Geschichten, wenn es auch da ein bisschen nachhaltiger wird. Ikea hat für sein Trud-Free Gateway ein neues Firmware-Update ausgespielt. Das verbessert unter anderem vor allem die HomeKit-Geschichte, also die Verknüpfung mit HomeKit. Zum einen seht ihr beim Shortcut-Button, beim Doppelknopf oder wie er auch im Original hiess, und beim Bewegungsmelder, denn die können jetzt den aktuellen Batteriezustand des eigenen Gadgets ausweisen. Sehr, sehr praktisch, wenn man das in Apple HomeKit sieht, wie eben die einzelnen Gadgets da unterwegs sind. Gut, weiter geht es mit Samsung und die haben natürlich um das MWC herum auch ein bisschen was gezeigt und das ist nämlich das nächste Betriebssystem, auf dem das Ganze basiert. Man weiss ja jetzt schon seit dem Weilchen, dass die kommende Smartwatch aus dem Hause Samsung nicht mehr auf Tyson läuft. Ich bin sehr, sehr traurig darüber. Das kommt dem neuen Wear von Google daher und da knallt Samsung seine eigene Oberfläche obendrauf und die hört auf den Namen One UI Watch. Also der Name kommt irgendwoher schon mal bekannt. Und dazu gibt es jetzt ein paar Screenshots und ein paar Videos. Wer also mag, gerne mal reinschauen. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Zu guter Letzt habe ich euch noch einen kleinen Videotipp, ein neues Video, was online gegangen ist in den letzten Tagen. Das Huawei Band 6 vs. Huawei Watch Fit Video von mir, wo ich die beiden Produkte verglichen habe. Von beiden gibt es auch ein separates Video im Kanal, jetzt auch noch mit einem Versus Video, also wo ich die beiden gegeneinander antreten lasse und euch aufzeige, was, wo, wer besser kann oder anders kann. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Euch wünsche ich einen guten Start in den Tag und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.